So, höher geht es jetzt nicht mehr. Den Blick zum See lasse ich mal weg, weil da sowieso viel Sonne scheint. Gut, da könnte man auch noch hochkrabbeln, aber irgendwie sieht das nicht so gut aus. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch was, was nicht immer gut sein. Hier kommt man nämlich hoch. Die müssen wieder runter. Jetzt zeige ich dir nochmal die Innenstadt, die alte Stadt. Erstmal hier der andere Turm von der Kathedrale. Ein paar ziemlich schäbige Häuschen. Ein paar bisschen auch schäbige Häuschen. Dicht gedreht. Aber ein Stück. Und so rattert hier ein Hubschrauber. Ja, theoretisch könnte man hier den See sehen. Aber wie man leicht sieht, sieht man nichts. All dieweil hier viel Sonne scheint. Das ist auch ein spannendes Haus. Was das ist, kann ich nicht erkennen. Aber macht nichts. So. Und nun mal die Chance. Und nun mal die Chance. So. Und nun mal die Chance.